Hallo, mein Name ist Thomas Lübersmeier. Ich bin Geschäftsführer von der Lübersmeier Elektrobau GmbH, kurz LEB genannt. Wir sind ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen mit aktuell über 55 tollen Kolleginnen und Kollegen und suchen für die Vergrößerung unseres Teams engagierte Spezialistinnen und Spezialisten für Elektrotechnik. Mit über 50 Jahren Erfahrung bieten wir ein breit gefächertes Leistungsspektrum an mit Smart Home, Alarmtechnik, Brandmeldetechnik und Installation, inklusive Wartung und Kundenservice. Davon profitieren viele unserer namhaften Kunden wie zum Beispiel der Hamburger Flughafen, die Lufthansa, diverse Hotels und die Hamburger Wohnungswirtschaft. Von Auszubildenden, Junggesellen oder erfahrenen Elektroniker und Meistern, bei uns finden alle einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz. Wenn du möchtest wissen, warum sich ein Wechsel zu uns lohnen wird, dann pass gut auf, denn wir möchten uns heute bei dir bewerben. Ich habe mega Spaß mit meinen Arbeitskollegen, weil wir kennen uns auch privat, wir treffen uns ab und zu mal. Als ich hier angefangen habe, habe ich direkt sofort Leute gefunden, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe, weil die Leute sind einfach cool. Die Zusammenarbeit der Planungsabteilung und Demonteuren draußen funktioniert wunderbar dank digitaler Medientechnik. Da können wir Fotos, PDF-Dateien, Pläne sofort austauschen und jeder weiß, wovon das spricht. Unsere Ausstattungen erstmal, wir haben Top-Autos, wir haben diese Fortposten mit einem langen Radstand, den VWs, dass wir ordentlich Platz haben, auch für den Kundendienst. Man sieht es hier auch alles mit Lottimo-Regalen, wir haben sehr viel an Maschinen, nur mit Akkumaschinen von Bosch mit Makita. Abwechslungsreich würde ich schon sagen, also man hat mehrere Sparten, heißt einmal Kundendienst, da ist man ja eher bei Kunden oder hat halt so Kleinaufträge und dann halt Baustellen. Das heißt, da hat man halt ein Riesenobjekt und ist dann halt mehrere Tage oder sogar Wochen dort beschäftigt, also es ist sehr vielfältig. Na ja, wenn man mal so bedenkt, ich habe als Lehrling angefangen, jetzt bin ich Bauleitner-Monteur, würde ich sagen, du hast schon eine gute Aufstiegschance und du kriegst ja auch jährlich noch Fortbildungen, die wir dann in der Erinnerung abhalten quasi. Also man kann jeden untereinander anrufen, wenn man Hilfe braucht und es wird einem auch immer geholfen. Ja, also wenn wir wirklich auch jedes Mal Probleme haben, kann man auch wirklich mit dem Chef darüber reden, also mit ihm versteht man sich wirklich sehr gut. Ich bin seit 1983 da und ich hatte nie Probleme gehabt mit meinem Seniorchef, beziehungsweise jetzt mein Chef und es gab nie Stress oder sowas, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt in eine andere Firma, also es ist eine Harmonie, würde ich sagen. Bei uns ist es die richtige Wahl anzufangen, weil wir eine große Familie sind, wir passen auf uns gegenseitig auf, helfen, wo es geht. Jetzt hast du einen Überblick über unser Unternehmen bekommen und wir hoffen, dass wir dich von unserer Firma überzeugen konnten. Wenn du jetzt noch mehr erfahren möchtest und dir auch eine berufliche Verbesserung wünschst, dann klicke einfach auf den Link unter diesem Video.